Musik So, dann sehen wir uns die Insel mal weiter an. Das Feuer kann da ja gemütlich abbrennen, wobei man gerade gehört hat, wie es ausgeht. Oh, Schweine. Hier haben wir Schweine. Das ist sehr gut, weil ich baue immer sehr gerne in der Nähe von Schweinen meine Base auf. Weil die zum einen bieten die einem Mist, wenn man sie füttert. Und das macht man so. Und zum anderen bieten die einem einen gewissen Schutz. Weil alle feindlichen Monstern, die in ihre Nähe kommen, töten sie einfach oder greifen sie zumindest an. Natürlich können sie nicht alle besiegen, aber sie greifen sie an. Und dadurch kann man, wenn man angegriffen wird, die in die Nähe des Dorfes locken. Und dann legen sich die Schweine mit denen an. Man braucht das selbst nicht zu machen oder nicht alleine zu machen. So. Oh, da ist sogar ein Schweinskönig. Hätte ich jetzt Fleisch, könnte ich das mit dem Goldnagel mal zeigen. Aber das zeige ich noch. Ein andermal, wenn ich Fleisch habe. Auf jeden Fall, das ist der Schweinskönig. Der hat ansonsten nicht so viele Besonderheiten, soweit ich weiß. So, da haben wir jetzt auch schon den Mist, von dem ich gesprochen habe. Weil, wenn die nämlich von dem Zeug fressen, dass man ihnen hinlegt, dann kacken sie einem da hin. Und das braucht man dann, um zum Beispiel Felder zu bauen. Ich würde sagen, ich baue hier hin. Der Platz bietet sich ganz gut an. Die Schweine geben immer so ein paar Kommentare zu mir ab. Sagen was zu mir, aber das hat eigentlich keine Beleitung. Eine weitere Besonderheit an den Schweinen ist, wenn ich eins von ihnen jetzt angreifen würde, selbst wenn es nur aus Versehen ist, würde mich die ganze Herde dann verfolgen und angreifen. Allerdings, wenn man ein Stück von denen entfernt, also ein Stück von denen weggeht, geben die relativ schnell wieder auf. Also, es ist nicht so gefährlich, wenn man die da mal aus Versehen angreift. Weil, absichtlich habe ich die noch nie angegriffen, aber mir ist es schon passiert, dass ich nebendran den Baum fällen wollte und irgendwie das Schwein getroffen habe stattdessen. So, dann baue ich mir hier so eine Feuerstelle hin. Und das jetzt nicht, weil das Besondere an denen ist, dass die... Ich zeige es euch. Ah, weil ich das finde. Dass die auf der Map zu sehen ist, wenn ich jetzt nicht drüber stünde. Also, man sieht die hier. Und das ist immer ganz gut zur Orientierung. So findet man selbst schnell seine Base wieder, auch wenn man mal ein Stück weg ist. Das war jetzt unlogisch, dass ich sie jetzt gebaut habe, denn jetzt brennt das Feuer über den Tag ab, während ich es gar nicht brauche. Aber gut. Gibt Schlimmeres. So, und dann baue ich mir jetzt dieses Science Machine. Mit der kann ich jetzt erforschen. Und jetzt sieht man hier diese Punkte. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel das hier, das hier bringt relativ viel. Also dieses Gras bringt relativ viel. Punkte erhöhen sich dann. Und mit diesen Punkten kann man sich dann Sachen freischalten. Das sieht man hier drüben. Also diese Research Points. Und damit könnte ich mir jetzt alles Mögliche freischalten. Und das will ich auch versuchen. Und zwar hätte ich gern diese Turbo fahren direkt mal für den Anfang. Auf Farmen, also Beeten, kann man Gemüse anbauen mit den Samen. Und da gibt es halt unterschiedliche und je nachdem, welches es ist, wachsen die Sachen unterschiedlich schnell. Und ich hätte natürlich gern die Schnelle, weil dann habe ich möglichst schnell Nachschub an den Sachen. Ich verbrenne jetzt hier mal dieses Gras, weil das bringt mir eh nicht zu viel. Ich habe noch keine andere Verwendungsmöglichkeit gefunden, außer für diese Research Points. Und ich werde ein bisschen Bäumen fällen gehen, damit ich viel Übenholz habe. Weil ich will mir gleich eine Turbo bauen und die brauche mir relativ viel. So, ich sehe gerade, ich kann mir jetzt schon so Felder machen. Das mache ich auch sofort. So, jetzt brauche ich mir da mal eins hin. So sieht das dann aus. Dann pflanzt man da Samen drin. So. Und da sieht man jetzt schon ganz klein den Setzling. Und daraus wird dann später eine richtige Pflanze. Und da wächst dann Gemüse drauf. Teilweise Möhren, teilweise aber auch Gemüse, das man so nicht in der Welt findet. So, jetzt wollte ich mir außerdem noch Bretter machen. Denn aus Brettern kann man Tuben machen. Und einen Baum sollte ich mir noch fällen. Damit ich genügend Holz habe. Über Nacht verschwinden die Schweine in ihrem Haus. Was passiert, wenn über Nacht ein Monster in die Nähe des Dorfes kommt, weiß ich gar nicht. Pünktlich genau, jetzt ist natürlich meine Feuer ausgegangen. Perfekt. Habe ich noch nicht ausprobiert. Vielleicht finden wir das ja irgendwann mal zusammen heraus. So, jetzt mache ich mir auf jeden Fall noch so ein paar Punkte. Dann schauen wir gleich mal, was wir noch so entdecken können. Denn desto mehr, desto besser. So, Hüte. Ich glaube, das ist das. Es gibt so ein Amulett, mit dem kann man sich wiederbeleben, falls man stirbt. Was den Vorteil hat, dass alles, was man gebaut hat, nicht verschwunden ist. Weil normal ist es ja so, dass jeglicher Fortschritt auf der Karte einfach verschwindet. Und ich glaube... Wo war es? Komm zum Beispiel hin. Ich glaube, das ist dieses Amulett. Aber ich bin mir nicht sicher. Und ich weiß auch gar nicht, wo man ein Red Gapen herbekommt. Hm. Was brauchen wir hierfür? Stein und Holz. Okay. Stein. Könnten wir zumindest schon mal herstellen. Das hier ist eine Alchemie, ein Jein. Mit der kann man dann auch noch mehr Sachen erforschen. Ist also auch wichtig für den Fortschritt. Ich mache uns jetzt mal drei Steine. Vier braucht man aber. Also. Gut, also fehlen uns dann nur noch Bretter. Ach, eine Truhe wollte ich außerdem machen. So, das geht so. Und in eine Tue kann man Sachen reinlagern. Dann lagere ich jetzt mal alles rein, was ich aktuell noch nicht brauche. Das behalte ich mal hier. Oder was, ähm... Ja, halt alles, was man nicht immer in der Tasche braucht. Im Inventar braucht. Das behalte ich drin, weil das kann man ja relativ häufig brauchen, um sich Werkzeug nachzubauen. So, ich will mir gerade noch, somit es noch an ist. Verrattenbraten. Denn ich bin schon wieder ein bisschen hunig. Ähm... Ich will also auf jeden Fall noch einen Baum hacken, damit wir... Ähm... Was wollte ich nochmal bauen? Die Alchemie... Maschine da. Ich glaube, das war's. Ja, auf jeden Fall, genau. Okay, fehlt uns noch ein bisschen Hals. Paterherzestellen ist, äh... Ziemlich teuer, wie ihr merkt. Da brauchen wir drei oder vier Stämme für ein Pett. Das ist eine teure Angelegenheit. Noch mehr, bitte. Und da fehlt immer noch was. Mehr Holz! Und wenn ich schon dabei bin, hacke ich auch gerade noch den Stein. Den baue ich auch noch ab. Denn ich glaube, ich habe sonst gar keinen Stein mehr genauer. Also, ein Brett noch. Und... Aber die habe ich hier, oder? Die baue ich hier hin. Da kann man jetzt genauso Sachen reinwerfen. Was brauche ich nicht? Ich baue jetzt mal so eins rein. Da kriegt man genauso viele Punkte da oben. Und außerdem, wie gesagt, gibt es dann dadurch halt noch neue Entdeckungsmöglichkeiten. Das ist das nächste, wo ich sagen würde, dass wir drauf zusparen. Das ist nicht so teuer. Das ist ein Kühlschrank sozusagen. Und da kann man verderbliche Sachen drin aufbewahren. Und die halten dadurch länger. Ich glaube, doppelt so lang. Also auf jeden Fall lohnt es sich, gerade wenn man viel sammelt und viel aufzubewahren hat. Also ich würde sagen, wir schauen uns die Insel gleich mal weiter an. Aber vorher will ich noch die Pflanzen, die ich hier habe, ein bisschen anpflanzen. Damit die auch möglichst schnell wachsen und ich da was abbauen kann. Ich setze die jetzt gerade mal so dahin. Und zwei Bärenwische habe ich noch. So. Mal sehen, wie lange das dauert, bis die nachwachsen. Das interessiert mich mal. Dann schaue ich mir mal die Insel weiter an. Ich gehe hier oben entfangen. Man sieht jetzt schon hier, dass das wächst. Und da langsam was draus wird. Dauert aber noch ein bisschen, bis wir da das erste Gemüse ernten können. Das will ich gerade noch mit einsammeln. So. Hier haben wir ein Spinnennest. Und da ist direkt noch eins. Das sind kleine und es gibt auch noch größere. Die sehen da ein bisschen aus, als würden die gestapelt werden. Bestimmt sehen wir sowas auch nochmal. Aber aktuell kann ich ganz gut drauf verzichten. Denn wenn die da nachts alle rumkrabbeln, die Spinnen, ist teilweise nicht so lustig. Blümchen sind gut, damit ich was für die Schweine zum Füttern habe. Wobei nichts passiert, wenn man die nicht füttert. Nur kriege ich dann auch kein Mist mehr von denen. Was ich aber, wenn ich erst mal die Felder habe, nicht so häufig brauche eigentlich. Oh, ich muss darauf achten. Man sieht jetzt, meine Beeren im Inventar werden schon gelb. Das heißt, sie vergammeln so langsam. Also muss ich mich darum kümmern, dass ich die Länge haltbar mache. Zulverdürf möglichst schnell verbrauche. Aber ich werde sie braten. Dadurch werden sie wieder ganz voll von der Haltbarkeit her. Und bringen außerdem auch mehr. So. Das kann man gerade noch einsammeln. So. Was fehlt uns denn jetzt noch hier für Stein und Gold auf jeden Fall. Gut. Dauert also noch ein bisschen. Holz muss ich da eintun. So. Jetzt brate ich mir gerade mal die Beeren ab. Das stelle ich mir auch interessant vor. Hier sieht man, dass man Mist auch nur in 20er Stacks aufbewahren kann. Das lege ich immer noch da rein. Das brauchen wir nämlich so häufig. Das werde ich den gleich hinlegen. Das ist jetzt ein Kochtopf. Das ist eine schnelle Farm. Das ist die normale Farm. Und das ist die Turbo Farm. Die habe ich. Hier kann ich ganz viel bauen und graften. Oh, ist ja interessant. Kann ich auch mal nicht. Arm. Jetzt haben wir hier einen Hammer. Und eine Axt. Eine luxuriöse Axt. Ich bin da noch mal näher dran. Chop down trees with style. Fälle Bäume mit style. Ja, das ist sehr gut. Ja, also das sind quasi die regulären Sachen. Die normalen. Und dann gibt es davon noch Erweiterungen. Die besser funktionieren. Oder was auch immer. Was gibt es hier noch? Das sammle ich ein. Das sammle ich ein. So. Das sammle ich ein. Das sammle ich ein. Das ist ein halvoniger.